Mein flammendes Schwert und meine Hand sollen euch richten. Ich werde Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an jenen, die mich hassen. O Vater, erhebe mich zu deiner Rechten und zähle mich zu deinen Heiligen. Das ist der letzte Song, ich erzähl' dir, produziert von DJ Schuster. Das ist Gottes blutiger Fad, mixt dem Album von Sprachtod. DJ One, DJ Schuster. Kenn mit so'n Mannheim, Flatline. Außer nichts heraus schreib ich, was das so berührt, dass es durch seinen Engel, der grad fliegen will, zum Boden führt. Viele Menschen sind allein, meine Zeilen sind ihr Hilfeschrei und die guten Tage sind vorbei. Ich blick zurück, schau mich um, ich schau nach draußen und seh mich jung, seh mich mit bei Jungs da laufen rum. Seh mich jung, da rumlaufen mit nem Haufen Jungs, schau nochmal genau hin, seh da nur noch Rauch und Dunst. Seh wie Freunde zu nem Schatten werden, seh sie Schatten werfen, seh die guten Gedanken im Schatten sterben. Damals wollte keiner von uns wissen, was wir werden. Wir dachten, dass wir ewig leben und aus Fehlern lernen. Aber war nicht so, als wir groß waren, war mir froh, egal ob illegal, Hauptsache warm und Brot. Und manchmal ganz kurz, wenn der Schutz mein Herz verlässt, merk ich, dass ein junger Mensch hält jetzt noch an Schmerzen fällt. Ich erzähl dir nicht, wie's Leben ist, ich erzähl dir von meinem Leben, ich erlebe täglich, wie die Seele den trifft. Manche Menschen quälen sich, andere Menschen wollen Leben nicht, niemand löscht mein Lebenslicht. Ich erzähl dir nicht, wie's Leben ist, ich erzähl dir von meinem Leben, ich erlebe täglich, wie die Seele den trifft. Manche Menschen quälen sich, andere Menschen wollen Leben nicht, niemand löscht mein Lebenslicht. Aus dem Nix heraus unerwartet, wie man sieht, Melodien, die dein Herz bereißen wie Magie. Manche Menschen haben Gabe nicht, diese wunderbare Gabe zu beschreiben, wie die Herzanlage gerade tickt. Warum ich sagen kann, was ich fühl, frag mich nicht. Gerade ich war auf Eis gelegt im warmen Tageslicht. Doch irgendwann wird ein Jedermann aktiviert, manche brauchen nur nen Schubs, andere nen Kasten Bier. Jeder Mensch hat Einfluss auf das, was passiert. Hass und Gier, hast du das Gefühl? Lass es hier, brenn es in die Zeilen, schreib es auf, mach es so wie ich. Ich verbanne das Gift in den Stift, wenn ich schreibe, du bist nicht alleine. Hörst du die Engel weinen? Du hast recht gehört, hörst du wie die Engel weinen? Und manchmal ganz kurz, wenn der Schutz dein Herz verlißt, merkst du es. Ein junger Mensch hält an Schmerzen fest. Ich erzähl dir nicht, wie's Leben ist. Ich erzähl dir von meinem Leben. Ich erlebe täglich, wie die Seele den trifft. Manche Menschen quälen sich. Andere Menschen wollen leben nicht. Niemand löscht mein Lebenslicht. Ich erzähl dir nicht, wie's Leben ist. Ich erzähl dir von meinem Leben. Ich erlebe täglich, wie die Seele den trifft. Manche Menschen quälen sich. Andere Menschen wollen leben nicht. Niemand löscht mein Lebenslicht. Die Frage ist nicht, wie weit. Die Frage ist, ob er auch die Einstellung hat, die Kraft und den Glauben, diesen Weg zu gehen. Die Frage ist, ob er auch die Einstellung hat,